So, meine Familie gerade am Boot spielen. So, ich geh mal ein bisschen näher. Da ist die weiße Kugel. Und am näher ist nämlich schon der Papa. Mein Papa. Und da ist die Schwester. Als Abschied. Okay, und dann ist die Sarah dran. Ganz knapp. Die wurde ein bisschen zur Seite gelegt, aber halt weiter weg. Dann ist der Papa wieder dran. Okay, wir haben einen Gewinner. Wir haben einen Gewinner. Und damit alle hin. Das war ein kleiner Anspann. Also warum Anspann? Warten wir jetzt mal zu. Wenn wir Familie mit Bull spielen. Bull. Hier eine komplette große Bull-Spielbahn. Und jetzt spielen die nächste Runde. Dann wurde schon mal der weiße Ball. Schon geschmissen. Dann der erste Wurf. Der erste Wurf. Okay. Von Papa. Von meinem Papa. Knapp. In den Schatten gelegt. Okay. So. Meine kleine Schwester. Komplett auch. Hier. Und wirft. Naja. Gar nicht so schlecht. Der Abstand. Naja. Aber es ist besser als gar nichts. So. Mein Papa. Der wirft wieder. Knapp. Daneben ist auch vorbei. Und jetzt meine Schwester. Alles oder nichts. Die Kugel wird geworfen. Und es ist unfassbar. Und es ist unfassbar. Meine Schwester gewinnt tatsächlich gegen meinen Papa. Gegen unseren Papa. So. Wie schon gesagt. Schwester. Hier. Da. Hallo. So. Hier bin ich. Die Sarah. Ja. Ja. Und. So. Hallöchen. Hi. Ja. Und das ist halt. Ja so. Das ist halt mein Papa. Ja. Er ist ein toller Papa. Was soll man da schon sagen. Der hat mit der Ball geworfen. So. Nächste. Also die dritte. Der Ball wurde geworfen. Vom Gewinner. Okay. Das nächste ist. Sarah wirft. Knapp. Ganz ganz knapp. So. Der nächste ist Papa wieder geworden. Ah. Er will auch seinen Sieg zeigen. Da. So. Kleiner Abstand vom Papa. Aber die Schwester knapp daher. Ah. Schade. und knapp aber sie geht jetzt an meinen papa und das war es schon das erste video vielleicht dann können wir uns eine beste kamera kaufen und dann gibt es auch hier so wer beginnt die sarah perfekt okay papa beginnt wenn ich sah was nie will knapp knapp okay kugel wieder im blick kann man auch nicht ausrechnen okay papa geworfen naja kann man nichts sagen und jetzt die letzte chance von der sarah im knappen sinne ist es tatsächlich die sarah gewesen sieg so gewinnt oder was ist wer gewinnt okay sarah hat gewonnen so und jetzt sag schön auf wiedersehen ok mal sehen was passieren wird auf wiedersehen